Wie sieht das denn jetzt aus? Hä? Wie sieht das denn jetzt aus, Leute? Habt ihr das gerade gesehen? So, das sind die neuen Orte. Also hier, Leute, einmal hier unten hier auf dem Wasser. Hier oben ist das Schiff rechts und links oben, der Shark vorne, ist im Grunde dieser neue Tresorraum. Mit den ganzen Agenten, wo man halt wirklich aufpassen muss, weil diese Agenten einfach einen zerlegen. Da unten ist ein riesen Willer. Digga, das ist Team Ghost, glaube ich. Das ist Team Ghost da unten und das da vorne müsste dann eigentlich Team Shadow sein, weil da sind auch die ganzen verschiedenen Gegner. Deswegen, eigentlich, Leute, kann ich euch empfehlen, weil die Kartenmitte, wenn Kartenmitte Team Ghost ist, also wirklich die lieben und theoretisch, man kommt ja theoretisch mehr in die Mitte als irgendwie nach außen. Deswegen kann ich euch empfehlen, Leute, nehmt Team Ghost, weil wenn das hier Team Shadow ist, hier wird die Zone nicht enden und das Problem ist, wenn du, äh, zu einem Team gehörst, also wenn ich jetzt Team Shadow wäre und hier auf diese Insel kommen würde, dann würden diese Agenten mich nicht abschießen, weil das sind ja meine Kollegen. Und das ist eben, Freunde, der Vorteil durch diese Agenten und das Team, was man halt eben wählt. Aber ich bin ganz ehrlich, hier kriegt man vielleicht einen geilen Loot so, kann ich mir gut vorstellen, aber durchaus, da sind die ganzen Agenten, Leute. Oh, scheiße. Okay. Das ist ein Agenten, Leute. Okay, Handlanger. Handlanger. Könnt ihr euch das mal merken, Leute? Merkt euch den Namen Handlanger. Wir müssen den gleich mal adden. Ich weiß nicht, was passiert, ob man den überhaupt adden kann, Digga. Merkt euch auf jeden Fall den Skin Handlanger, Freunde. So, da sind welche, da ist ein Spieler. Da gehen wir jetzt hin, Leute, weil Spieler sind damit nicht Guck, Digga. Weil die Spieler sind damit nicht vorbereitet, dass hier auch echte Spieler kommen. Ja, moin, Digga. Ey, der hat eine... Okay. Lol. Lol, 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 lol. Ey, scheiße. Oh mein Gott, wir wurden entdeckt. Ist der auch runtergefallen? Oh mein Gott, Digga. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben fast kein Leben mehr, Freunde. Scheiße, Alter. Wir haben fast kein Leben mehr. Und da ist die Kamera. Wir müssen von der Kamera abhauen, Leute. Okay, wir sind drin. Wir sind drin, Leute. Okay, da hinten ist ein Agent. Da ist ein Agent. Oh, wir haben C4. Und? Yes, Leute, wir sind im Team. Mach auf das Ding. Ey. Oh, der hat abgebrochen, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier kommt ein Boot. Wir haben kein Leben, Digga. Okay, okay, okay. Wir sind drin. Hier kommt auf jeden Fall ein ganzes Gegner-Team. Oh, Scheiße. Das ist ein Gegner da draußen. Oder? Nein, das ist ein... Okay. Okay, Leute. Wir müssen uns, glaube ich, verkleiden als sie. Dann tun die uns vielleicht nichts. Scheiße. Sind das Gegner? Loy. Oh Mann, überall scannen, Digga. Okay, wir müssen uns verkleiden als Seher. Okay, Leute. Bitte leben, Digga. Wir brauchen Leben. Alter, wir sind hier im Tresor, Leute. Wir wollen... Digga, was ist das hier alles? Okay, wir müssen aufpassen. Und die Zone kommt jetzt. Wir müssen uns einmal... Digga, das ist wieder so ein Skin. Einmal bitte verkleiden hier, Leute. So, okay. Jetzt sind wir eigentlich einer von ihnen. Jetzt dürfte er uns eigentlich nichts mehr tun, Digga. Wir haben kein Leben. Das ist das Problem. Wir können hier nichts riskieren eigentlich, Leute. Wir brauchen jetzt Leben. Ich will euch den Tresor zeigen. Vielleicht hat da von... Von denen einer diesen... Diese Schlüsselkarte, die wir brauchen, Leute. Tut er mir jetzt was? Wir testen es einmal. Er tut mir nichts, Digga. Komme ich dann da rein jetzt? Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, wir kommen da rein, Digga. Yes. Er tut mir nichts. Holy. Oh mein Gott, die... Verbände. Oh mein Gott, Leute. Wir sind einer von ihnen. Also, ihr habt gesehen. Unten ist diese Kammer. Da kann man sich verkleiden als er hier. Und dann kommt man rein, Leute. Dann kommt man rein. Dann tun die einem nichts. Ich brauche jetzt nur eine Schlüsselkarte. Digga, wo ist... Nein. Da ist ein Gegner, Leute. Irgendwo ist ein echter Spieler. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Oh, komm. Let's go. Oh, wo ist denn dieses Scheiß... Wo ist dieser Scheiß-Tresor, Leute? Oh, hat er schon aufgemacht? Hat er schon aufgemacht, den Tresor? Nein, oder? Nein. Digga, hier wurde ja schon... Abs... Digga, hier ist der Tresor irgendwo. Oh, nein. Nein. Leute, wir wollen einmal in den Tresor rein. Scheiße, Digga. Okay, da ist der Tresor, Leute. Hier ist der Tresor. Aber wir haben die Schlüsselkarte nicht. Wir haben die Schlüsselkarte nicht, Digga. Wir brauchen die Schlüsselkarte. Oh, wir haben nicht mehr viel Leben. Scheiße. Nein, Leute. Wir brauchen die Schlüsselkarte. Sonst kommen wir hier nicht rein. Sonst kommen wir hier nicht rein. Okay, hier haben wir noch einen Fisch. Aber wir brauchen so einen... So einen Heini, der die Schlüsselkarte hat, Freunde. Wo sind die? Hier war doch eben noch einer. Scheiße. Wir sehen hier keinen mehr von diesen Typen. Ey. Ich sehe keinen mehr von denen, Leute. Scheiße. Nein. Die sind tot wegen der Zone. Ach so. Oh. Okay, das kann natürlich sein, Digga. Dass sie jetzt... Aber wenn die... Sind die richtig gestaumt? Aber dann müsste doch hier irgendwo die Karte rumliegen, Digga. Ich wollte euch das zeigen, Leute. Das ist der heftigste Loot, den ihr euch vorstellen könnt. Wirklich. No joke. Der heftigste Loot, den ihr euch vorstellen könnt. Nein, Digga. Nein, Mann. Man sieht... Ja, man weiß halt echt nicht, wo sie sind. Vielleicht sind sie halt wirklich schon weg. Ah, Mann, Alter. Wir wollen halt jetzt noch ein Boot. Ohne Boot. Da vorne ist ein Boot. Mann, ey. Wie ärgerlich, Leute. Nächste Runde. Die Scar schießt jetzt schneller. Okay, das ist aber heftig, Digga. Schaffen wir das überhaupt? Let's go, Digga. Das leben gar nicht mehr so viele. Jumphead haben wir auch noch. Oh, die Zone ist aber schon weit. Ah, die Zone ist schon sehr, sehr weit. Wenn wir jetzt da noch ins Wassergebiet reinkommen, dann könnte man es sogar noch schaffen. Wir haben halt auch kaum Metzger. 50 Sekunden, bis die Zone kommt. Also, einmal jetzt kürz da rein. Hoch rein, Digga. Und dann gib ihm. Let's go, Digga. Komm, let's go. 30 Sekunden. Wir fahren da jetzt vor. Oh, jetzt hat er die eine Ding nicht mehr gemacht. Okay, Leute. Vielleicht schaffen wir ja hier noch ein bisschen unter Top 10 zu kommen. Zone kommt sofort. Wenn wir hier rumkommen, dann können wir sogar noch... Aber wir haben gar keine Metzgeräte. Wir brauchen auf jeden Fall gleich einen Kill oder so. Oh, da ist ein Medikit. Okay. 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 Das müssen wir mitnehmen. Komm, go, 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 go. Kannst du gleich Battle Pass zeigen? Hab ich schon gemacht, Digga. Hab ich schon gemacht? Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben zwar nicht mehr 100 Leben, hier sind auch ganz viele Baufalls entstanden. Hier wäre ein Jump Pad. Hier ist das neue Gebiet, Leute. Oh, da fliegt einer mit Jump Pad. Okay. Wir haben hier noch eine Rakete, Digga. Oh, 35er Schaden. Oh, nochmal 35er Schaden. Oh, nochmal 35er Schaden. Ah, er hat sich verkleidet. Er hat sich verkleidet und dann kommt er gleich da raus, Leute. Er verkleidet sich gerade. Er verkleidet sich gerade. Er kommt nicht mehr raus, Digga. Oh, komm doch raus. Hä, hat er sich jetzt nicht verkleidet? Hä? Hä, hat er sich jetzt nicht verkleidet? Hä? Ist er... Hat er sich versteckt, Leute? Schießt die kaputt? Der hängt doch da drin, oder? Hä? Leute! Ah, lol. Hä? 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 LOL! Was ist das denn? LOL! Was? No way, Digga. Was ist das denn? Oh mein Gott, was? 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 LOL, Digga. Geheimgang, Alter. Ist da? Was? Oh, Leute. Wir können uns... Oh mein Gott, Digga. Yeah. Oh. Oh, Scheiße. Was? Was? Okay. GG, Digga. Er drückt mir mit einmal. Ehre geht raus, Digga. Digga. Holy Shit, Alter. So. Montana Black nervt den Chat nicht. Das stand hier nur live. Ne, ne, ne. Das stand hier nicht nur live. So, Leute. Aber ich würde jetzt sagen, vielen, vielen Dank für den Livestream.